Regeln Wie funktioniert Tennisspielen? Zum Beginnen verraten wir dir aber mal die wichtigsten Grundbegriffe. Du kannst alleine Tennis spielen oder mit einem Mitspieler. Das macht sogar noch mehr Spass. Mit einem Mitspieler heisst das Spiel Einzel. Seid ihr zu viert, spielen zwei gegen zwei Spieler. Das ist ein Doppel. Das Tennisfeld sieht so aus. Es wird auch Court genannt und ist 23,77 mal 8,23 Meter gross. In der Mitte wird das Feld durch ein Netz getrennt. Nein, ein bisschen tiefer. Genau so. Alles klar, soweit? Ein Spiel beginnst du mit dem Aufschlag. Dabei sollte der Ball ins Feld deines Mitspielers gelangen. Bravo! Dein Mitspieler kann den Ball nun mit der Vorhand zurückspielen oder mit der Rückhand. Der Ballwechsel ist zu Ende, wenn der Ball ins Aus oder ins Netz geht. So gibt es einen Punkt. Du musst viermal punkten, um in diesem Satz ein Spiel zu gewinnen. Wenn dein Mitspieler auch punktet, so gewinnt der Spieler, der als erster zwei Punkte Unterschied zum anderen hat. Wer als erster sechs Spiele gewinnt, ist Sieger des ersten Satzes. Das Match ist so aber noch nicht gewonnen. Du und dein Mitspieler beginnen nun im zweiten Satz von vorne. Wer zuerst zwei Sätze gewonnen hat, ist Sieger des Matches. Tja, nicht übertreiben. Das kommt erst später. Siehst du? Tennisspielen ist gar nicht so schwierig. Go for Tennis! Tennis spielen ist gar nicht so schwierig. Go for Tennis!